Sie lebten schon elf Jahre miteinander, als ich zur Welt kam. In diesen Jahren wurde er Verlagsleiter des größten Literaturverlages der DDR, dann Kulturminister. Als man ihn als Botschafter nach Rom schickte, trennten sie sich. Klaus Gysi, am 3. März 1912 als Sohn eines Arztes in Berlin geboren, aufgewachsen in einem linksliberalen, bildungsbürgerlichen Elternhaus. Als mein Vater 15 war, sah er einen toten Arbeiter auf der Straße liegen, von Polizisten auf einer Demonstration erschossen. Er trat dem Kommunistischen Jugendverband bei und arbeitete von nun an für den Rest seines Lebens für die Partei. Wissen Sie, ich habe nach 1945 angefangen mit der Idee Sozialismus. Das ist eine Gesellschaftsordnung, in der Geist und Macht, Geist als Synonym für alle Wissenschaften, Künste, Kultur und so weiter und Macht, voll übereinstimmen. Das ist natürlich ganz großer Unterschied. Mein Vater 1990, jetzt Vertreter eines untergegangenen Staates. Er nennt seine Ideale nun Illusion, ein Trugbild und die DDR eine Diktatur. Ich erinnere mich. Mich traf nicht die politische Niederlage seiner Generation, sondern dass seine Worte nun klangen, als hätte er nicht dazu gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017